Musik Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo bezüglich eines Giveaways Genau, ihr habt richtig gehört, ich werde ein Giveaway machen Und zwar nicht einfach so, sondern weil ich bald 30 Abonnenten erreicht habe Und das natürlich, das freut mich natürlich total und deshalb werde ich das auch mit euch feiern Sage ich mal so in Anführungszeichen Und zwar habe ich mir überlegt, wer werde ich 10 The Hive Pässe verlosen The Hive ist dieses Netzwerk von verschiedenen Minecraft Servern Auf dem man Trouble in Mineville, Hero Brine und Survival Games spielen kann Und mit diesen Pässen kann man eben garantiert in einer Runde Hero Brine oder garantiert in einer Runde Traitor in Trouble in Mineville sein Und das einzige, was ihr dafür tun müsst, ist meinen Kanal abonnieren natürlich Und unter diesem Video mit eurem Minecraft Namen kommentieren Und das war es auch schon wieder, ich bedanke mich fürs Zuschauen Ich hoffe, ihr kommentiert fleißig und wir sehen uns dann Ciao Ciao Vielen Dank.